Bonjour, ich heiße Lionel und heute soll es wieder um das Passé-Composé gehen. Das Passé-Composé ist ein recht komplexes Thema. Daher habe ich es auf mehrere Videos aufgeteilt. Dieses Video behandelt zunächst die regelmäßigen Verben auf "-ir". Du solltest dir bereits das Video Passé-Composé der Verben auf "-er", mit "-avoir", angesehen haben. Das Passé-Composé drückt gewisse Handlungen der Vergangenheit aus und entspricht dem Deutschen Perfekt. Also zum Beispiel, ich habe geschlafen oder du hast gelogen. Zunächst werden wir die Bildung und den korrekten Satzbau des Passé-Composé bezeichnen. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com.